So, heute ist sowas wie Generalprobe und wie bei jeder Generalprobe muss man natürlich auch schon sein Kampfoutfit anziehen. Ob ich mich wirklich traue, dann in der Öffentlichkeit so zu gehen, keine Ahnung, aber noch ein Stück zuletzt und jetzt brauche ich eine Stoppuhr und am besten mal gegen meine Augenringe, weil das ist völlig nicht so wichtig beim Sport. Für draußen sowieso die bedeckte Variante und jetzt dreht dann also eigentlich alles perfekt. So, wir sitzen jetzt im Auto vor der Generalprobe und es lässt sich nicht so richtig gut an. 4 Grad, 4 Grad ist nüch, aber sonst, wir sind fit. Erste Runde laufen haben wir hinter uns, stehen auch im Mittag. 2 Grad, Schlitten ist belegt, wir aktivieren. Petra ist deutlich frischer als ich. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Wir sind übrigens fertig und Petra trägt unsere Zeit beim Laufen. Uwe will nicht so. 5.30 Uhr. 5.30 Uhr. Also immer Petras Zeit meine nicht. Ich bin dann immer hinterher getrampelt. 5.30 Uhr. Scheiße, ihr habt das. 1,00 Uhr. 4.30 Uhr. 10,19 Uhr. Ja, und fertig. 10,20 추 murdered. 5.30 Uhr. Nö anderen. Jetzt sein 순ß. Cyber Chen. 5.30 Uhr. 10.50 Uhr. 4.30 Uhr. 1.5 Uhr. 2.00 Uhr. 2.50 Uhr.